Hi Leute, ja, also endlich gibt es wieder ein Video von mir. Ja, die Christiane hat ja schon gesagt, wieso ich jetzt längere Zeit keine Videos gemacht habe. Und im Moment habe ich jetzt wieder eine Übergangskamera, einen Übergangslaptop und ein Übergangsbearbeitungsprogramm. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, oh Gott, ich muss endlich wieder Videos machen und ich wollte unbedingt noch ein Video im Jahr 2013 machen. Ja, das Video, was ihr jetzt seht, also wie ihr schon vom Titel erlesen konntet, das sind die Jahresfavoriten 2013. Nachdem ihr jetzt mich länger nicht gesehen habt, sind auch ein paar Produkte dabei, die ihr noch gar nicht kennt von mir. Und ja, ich habe es wirklich ganz minimal gehalten. Wirklich nur die Produkte, wo ich sage, die habe ich fast tagtäglich benutzt, auch bei der Pflege. Und deswegen, ja, also ich meine, nachdem jetzt dann eh wieder regelmäßiger Videos von mir kommen, werden dann eh auch wieder die normalen Reviews und die normalen Favoritenvideos kommen und dann werdet ihr wieder mehr Produkte sehen, die ich verwende. Und also deswegen, ja, wirklich, das sind jetzt die Produkte, wo ich sage, heilige Gral-Produkte im Jahr 2013. Ja, ich würde mal sagen, ich fange mit meinen Lieblingsprodukten an für das Gesicht, also Foundation, Grundierung und so weiter. Und zwar habe ich wieder die Studio Secrets Professional Smoothing Resurfacing Primer von L'Oreal wiederentdeckt, sozusagen. Ich liebe ihn, das ist jetzt mittlerweile wieder mein zweites Tiefelchen. Ich habe ihn eine Zeit lang fast täglich benutzt, einfach aus dem Grund, weil ich meine Poren gehasst habe. Das war total komisch. Aus dem Grund habe ich da in zwei Monaten, war, habe ich das total furchtbar gefunden. Aber, da ist mir dann aufgefallen, habe ich doch ein paar Pickelchen bekommen. Deswegen höre ich die jetzt wirklich nur mehr eher, wenn ich weiß, ich möchte den ganzen Tag frische schon und so. Wenn ich weiß, ich treffe mich zum Frühstücken mit irgendjemandem, muss dann arbeiten und am Abend mache ich vielleicht auch noch irgendwas. Dann verwende ich diesen Primer und natürlich am Abend beim Weggehen, weil die Foundation schon wirklich länger hält. Dann die Grundierungen. Ich habe zwei, die ich euch zeigen möchte. Grundsätzlich habe ich natürlich mehr innerhalb von diesem Jahr ausprobiert, aber jetzt keine, die ich dann länger benutze als am Monat. Ja, zum einen in ungefähr der ersten Hälfte vom Jahr 2013 habe ich die Bobby Brown Extra Foundation verwendet, die ihr noch aus dem letzten Jahres von Repositiken kennt. Ich glaube, dass es da auch dabei war. Ich habe die Foundation jetzt schon sehr lange. Ich bin da in der Farbe Nummer 2,5 Sand, also Warm Sand. Die ist total feuchtigkeitsspendend. Die habe ich, wenn nur tagsüber verwendet, wegen dem Lichtschutzfaktor, schaut die total komisch aus auf Fotos. Aber durch diese, die ist so feuchtigkeitsspendend, dass ihr es nicht immer merken würdet, wenn ihr keine Creme drunter tragt. Ist auch wirklich nur was für Leute mit einer trockenen bis sehr trockenen Haut. Aber für die ist es wirklich perfekt. Die Farbe auswahl bei Bobby Brown ist natürlich toll. Preis ist schon klar, dass es teurer ist. Aber wenn jemand dafür mehr Geld ausgeben möchte, kann ich die nur empfehlen. Allerdings wurde sie dann abgelöst durch, nachdem mein Make-up immer natürlicher geworden ist im Laufe des Jahres. Ich glaube, das ist auch einfach passiert, weil ich nicht so viele Videos gemacht habe. Ich habe mich die zweite Hälfte des Jahres einfach nicht ganz so viel mit dem Make-up beschäftigt, sondern mich mehr auf meine Ausbildung und so konzentriert. Also ich habe jetzt gar nicht die Zeit gehabt, mich so viel zu schminken. Aber dann habe ich auf jeden Fall die Face & Body Foundation von MAC geliebt. Also geliebt ist eigentlich noch irgendwo untertrieben. Ich habe die wirklich jeden Tag verwendet. Ich verwende die auch oft so jeden Tag, weil sie einfach das Gesicht total viel frischer aussehen lässt. Es ist dabei die natürlichste Foundation, die ich je benutzt habe. Ich mag sie lieber als meine CC Cream von L'Oreal, die ich ja auch, wo ich auch, glaube ich, zwei ganze Tuben aufgebraucht habe. Habe ich allerdings nicht mehr da, deswegen kann ich sie nicht herzeigen. Habe ich auch sehr gerne gehabt, nur ich finde eben noch viel besser ist die Face & Body Foundation, weil ihr da wirklich die Farbe aussuchen könnt, die perfekt zu eurem Hautton passt. Meine Sommerfarbe war C5. Die Farbe, die ich jetzt habe, ist C3. Ja, ich könnte noch ein bisschen auf hellere nehmen, aber sie passt nicht so ganz gut meinem Ton vom Körper her an. Also mein Gesicht ist jetzt ein bisschen heller, aber vom Körper her, das passt ja eigentlich recht gut. Ja, also die zwei Foundations, wobei ich jetzt sagen kann, jetzt immer noch meine Lieblingsfoundation ist die Face & Body von MAC. Dann, wenn ich mal Concealer verwendet habe, habe ich den Fit Me Concealer von Maybelline verwendet. Ich bin ja jetzt jemand, ich verwende eigentlich nicht so oft Concealer, einfach aus dem Grund, weil ich gerne dieselbe Textur bei der Grundierung habe. Und das stört mich oft, wenn ich eben, nachdem der Concealer oft eine stärker, also eine cremigere Textur hat als gerade zum Beispiel die Face & Body Foundation, sieht man das. Und deswegen habe ich lieber mich nur mit der Face & Body Foundation geschminkt. Und nachdem ich eh nicht so starke Augenringe habe, war das jetzt nicht so das Problem. Allerdings am Abend habe ich dann schon sehr, also wirklich fast immer Concealer verwendet. Ja, wie ihr wisst, ich habe auch keine Haut, deswegen verwende ich keinen Puder, also auch keinen Puder zum Herzeigen. Aber ja, ich war, ich habe Rouge geliebt, ich habe jeden Tag Rouge getragen. Also wirklich, auch wenn ich keine Grundierung gehabt habe, habe ich mir eigentlich Rouge draufgegeben. Jeden Tag ist es natürlich übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Also selbst wenn ich sage, ich habe nicht viel vor, ich bleibe eigentlich zu Hause, habe ich zumindest ein bisschen Rouge draufgegeben. Ich habe nur einen Pfirsichfarbenen, wo ich eigentlich letztes Jahr fast nur Pfirsichfarbene verwendet habe, bin ich dieses Mal mehr so in die Rosierontöne reingegangen. Der Pfirsichfarbene Rouge ist diese hier von Clinique. Das ist die Farbe Innocent Peach. Ein total schöner Pfirsichton, eher ein heller Ton, das heißt, ist wahrscheinlich auch nur was für Leute, die jetzt nicht allzu dunkel sind. Und es gibt euch einfach eine sehr, sehr schöne Frische. Ja, dann der natürlichste von diesen Rottönen, den ich gehabt habe, oder Rot-Rosier-Pinktöne, ist der Nektar Nummer 11 von Bobby Brown. Fand ich auch wirklich toll. Und dann, was ich auch wirklich schön finde, weil er eben matt ist, ist von MAC die Farbe Desert Rose. Das ist ein sehr natürlicher Ton. Also da gibt es euch diese natürliche Röte, wie wenn ihr jetzt gerade von der Kälte zurückkommt in die Wohnung oder ins Haus. Das macht der von Bobby Brown auch, aber der von MAC, also dieser Desert Rose, schaut noch mal natürlich aus. Und dann, man kann jetzt nicht wirklich Jahresfavorit sagen, aber ich muss euch dieses Rouge zeigen. Und zwar habe ich mir Anfang November ein paar Wet & White Produkte gekauft. Und da war dieses Rouge dabei. Die Farbe ist Berry Shimmer. Und ich liebe Wet & White. Also wir haben ja Wet & White, glaube ich, nicht in Österreich. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Aber in Deutschland habe ich es mit einem E-Decker gefunden. Und ich finde die total großartig. Auch die Lidschatten und die Lippenstifte. Aber die kann ich jetzt nicht alle im Jahresfavoriten-Video herzeigen, weil ich finde, es sind halt jetzt keine Jahresfavoriten. Aber ich werde auf jeden Fall ein eigenes Video zu Wet & White Produkten machen. Aber wie gesagt, dieses Rouge muss ich euch zeigen. Also das ist das, was ich jetzt eigentlich, ich sage mal, fünf Tage in der Woche, also in den anderen zwei Tagen habe ich vielleicht einen anderen Rouge gebraucht. Aber fünfmal in der Woche habe ich sicher dieses Rouge getragen. Ja, dann stellvertretend, also gut, das war es jetzt mit dem Rouge nur so nebenbei. Und stellvertretend für alle Maybelline Superstay 24 Color Lippenstifte habe ich jetzt diesen roten zum Herzeigen. Ich liebe sie. Ich liebe die am Abend. Ich finde es toll, dass die immer wieder auch mal wieder neue Farben rausbringen. Ich kann nur sagen, dass ich dieses Produkt an sich liebe. Also ich und die Chrissy haben ja ein eigenes Video zu diesen Produkten gemacht. Ich muss eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ich verlinke euch sonst das Video in die Infobar. Infobar. Ich bin so probiert. Es ist, weil ich so lange kein Video mehr gemacht habe. Aber ja. Ja, stellvertretend für all diese Farben, die ich besitze, glaube ich mittlerweile acht davon oder so, zeige ich euch jetzt diesen Rotton. Die Farbe heißt Red Passion Nr. 510. Dann Augenbrauenstifte. Ich habe da mittlerweile schon den dritten oder vierten. Ich habe da auch immer wieder andere Farben. Im Sommer habe ich zum Beispiel den helleren. Das sind diese Master Shape von Maybelline, die Brow Pencils. Ich weiß nicht, wie die Farbe heißt. Es gibt, glaube ich, nur drei zur Auswahl. Und ich habe immer den hellbraunen und diesen rotbraunen. Und was ich an denen mag, also das mögen ja viele nicht bei Augenbrauenstiften. Aber was ich daran mag, ist, die sind total weich und haben sehr hohen Wachsanteil. Wodurch eure Augenbrauen auch diese Form behalten. Also wenn ihr jetzt sehr buschige Augenbrauen habt, wo ihr sagt, ihr braucht dieses Wachs, um die Augenbrauen zu bändigen. Das ist in diesem Stift eben schon drinnen. Aber was ihr damit nicht machen könnt, ist so natürliche feine Augenbrauen sozusagen nachzeichnen. Das geht halt nicht mit dem. Mein Lieblings-Eyeliner war der Super-Liner Perfect Slim von L'Oreal. Ich kann ja eigentlich nicht sagen, wie viel das jetzt ist. Aber wenn ich einen Eyeliner gezogen habe, was in den letzten drei Monaten eigentlich nicht wirklich passiert ist, aber falls ich einen gezogen habe, das restliche, ja, was mit dem von L'Oreal. Ja. Und oh Schock, Schreck, ich habe gar keine Lidschatten zu mir herzeigen. Und zwar aus dem Grund, die letzten wirklich drei Monate kann man sagen, habe ich Lidschatten wirklich eigentlich nur zum Fortgehen verwendet. Ich habe tagsüber so gut wie keinen Lidschatten getragen. Aber immer eine Creme-Lidschatten. Und zwar den GOSH Mineral Waterproof Eyeshadow in der Farbe Nummer 003 Braun. Die Farbe ist jetzt irrelevant. Es geht wirklich um diesen Stift. Er ist perfekt als Base. Also ich habe eigentlich noch nie so eine gute Lidschatten-Base gehabt, die auch eher neutral ist. Die Farbe ist eher zu vergleichen mit dem Sinn von Urban Decay. Und ich mag den von GOSH auf jeden Fall lieber. Ich weiß jetzt nicht, wo es die in Deutschland gibt. In Österreich gibt es die bei Beeper. Kosten so um die 10 Euro. Ist auf jeden Fall aber das Geld wert. Es gibt so sechs Farben. Aber grundsätzlich finde ich die Braun-Töne sehr empfehlenswert. Und ich habe eben den verwendet und dann einfach Wimperntusche. Ich habe sehr viele unterschiedliche Wimperntuschen ausprobiert. Aber ich zeige natürlich jetzt auch die hier, die ich jetzt gerade verwende, weil es natürlich auch irgendwo im Moment meine Lieblingsmaskara ist. Ist aber schon die zweite, die ich nachgekauft habe. Und zwar ist es die Volume Million Lashes Extra Black. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Chrissy auch eine von denen hat. Weswegen ich einfach davon ausgehe, dass sie wirklich gut ist. Weil Chrissy hat jetzt auch eigentlich nur gute Produkte daheim. Und zwar ist es eben die Extra Black. Wo ich sagen muss, sie ist so schwarz wie jede andere, die ich jetzt hatte. Aber das Bürstchen ist toll. Es ist ein synthetisches Bürstchen. Ich habe zuerst Angst gehabt, dass mir das Bürstchen zu groß ist. Aber man besteht wirklich jede einzelne Wimper. Es definiert. Es gibt trotzdem viel Volumen und es lässt sich gut aufbauen. Man kann wirklich die Wimpern dann trocknen lassen. Nochmal aufbauen. Also nochmal Wimperntusche auftragen. Und es schaut toll aus. Und in Kombination dazu habe ich die Big Eyes von Maybelline verwendet. Und zwar nur dieses kleine Bürstchen. Ja, das habe ich halt auch nur für die unteren Wimpern verwendet. Und das ist eine Neuheit bei mir. Ich mache ungefähr seit zwei Monaten, trage ich auch Wimperntusche auf meinen unteren Wimpern. Und deswegen wollte ich das unbedingt erwähnen. Also das habe ich jetzt noch nicht so lange. Die gibt es auch noch nicht so lange. Aber seitdem liebe ich es, meine unteren Wimpern zu tuschen. Wer für so eine Mascara mehr Geld ausgeben möchte, dem kann ich nur die von Clinique empfehlen. Die ist nämlich richtig wasserfest. Das heißt, da verrinnt dann auch nichts. Und das Bürstchen ist sogar noch kleiner. Ich habe die schon mal gehabt. Allerdings, nachdem ich nie meine unteren Wimpern getuscht habe, ist die halt irgendwann eingetrocknet. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere mal die günstigere Alternative aus. Und die ist auch sehr gut. Ja, das war es grundsätzlich mal mit den Make-up-Produkten. Dann wollte ich euch unbedingt noch einen Haarspray zeigen. Den habe ich im Laufe des Jahres mir insgesamt dreimal gekauft. Ich habe natürlich zwischendurch auch andere probiert. Aber das ist der, zu dem ich auch jetzt am liebsten greife, weil er eben auch günstig ist. Und zwar ist es der Balea Trended Up Voluminous Haarspray. Ganz toll für feines Haar. Beschwerd nicht wirklich. Wirkt nicht zu verklebt. Und gibt trotzdem einen tollen Halt. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es natürlich großartig. Und man hat, finde ich, sehr lange was davon. Wenn ihr jetzt aber richtig extrem starken Hals braucht, also ich meine, wo es dann natürlich irgendwo auch verklebt ausschaut, müsstet ihr trotzdem einen anderen nehmen. Ja, dann habe ich noch aber andere so Pflegeprodukte zum Herzeigen. Und zwar einmal das Be-Oil. Ist schon das, vielleicht eine nicht Tube, aber Flasche davon. Ich werde mal in einem Körperpflege-Video zeigen, wie ich das verwende. Aber ich finde es eben ganz großartig. Mein Lieblingsparfum war das Calvin Klein Beauty. Weil man es im Winter tolltags immer verwenden kann. Und im Sommer ist es auch das perfekte Abendparfum. Dann meine, jetzt habe ich sie schon aufgebraucht. Und zwar die Clinique Moisture Surge Creme verwende ich als Serum. Das ist eine ganz leichte Feuchtigkeitscreme, die wirklich die Haut sofort aufsaugt. Und ja, werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Darüber habe ich dann auf die Clinique Dramatically Can't Different Moisturizing Lotion verwendet. Die verwende ich auch als Augencreme. Ja, toll auf den trockenen Platin. Ich verwende sie auch manchmal als Handcreme. Und auf dem Dekolleté. Dafür ist sie einfach großartig. Meine normale Hautcreme, die ich im Moment verwende, ist die Skin Perfection. Das heißt, die trage ich über diesen anderen beiden Dingen nochmal auf. Das Ding bei mir, müsst ihr schon wissen, ist, ich habe eine wahnsinnig trockene Haut. Weswegen das für mich kein Problem ist. Also ihr müsst jetzt nicht so viele Produkte verwenden. Das ist eh klar. Aber das verwende ich jetzt eigentlich auch eher als Augencreme. Die Skin Perfection von L'Oreal ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis großartig. Ich finde, die Verpackung fühlt sich an wie eine teure Chanel-Creme. Es ist wirklich hart. Also es ist Glas. Es ist pink. Also ich bin eigentlich nicht so ein Pink-Fit, aber da gefällt es mir eigentlich wirklich. Die Creme riecht wirklich gut. Das ist mir jetzt eigentlich für Creme nicht so wichtig, aber eure Haut riecht danach wirklich toll. Eure Haut riecht danach wirklich toll und die Haut fühlt sich großartig an. Ja, und ich wollte euch unbedingt noch einen Augen-Make-up-Entferner ans Herz legen. Und zwar ist er eigentlich mein Lieblings-Augen-Make-up-Entferner, der Lila Nerve von Clinique. Hatte ich, glaube ich, schon zum dritten Mal nachkauft, ist mir aber leider umgekippt und deswegen ist fast alles rausgeräumt. Und da habe ich gedacht, ach, ich kann ihn jetzt nicht schon wieder kaufen, also nicht zweimal im Monat. Dafür kann ich ihm das Geld nicht ausgeben. Und habe nach einer günstigeren Alternative gesucht. Und ich finde ganz toll von Maybelline Yale den Augen-Make-up-Entferner, ganz speziell für wasserfestes Make-up. Und großartig. Also es gibt nichts zu sagen. Nimm wirklich alles runter. Auch wenn ich die harten Kontaktlinsen drinnen lasse, vertrage ich den wirklich gut. Und ja, das war es jetzt auch schon mit meinen Favoriten. Ihr seht, so viel war es jetzt nicht, aber es wird auf jeden Fall dann im Jänner wieder ein normales Favoriten-Video geben. Und davor werde ich schauen, dass ich ein Wet'n'Wild-Video mache. Also, weil ich einfach so begeistert bin von dem Produkt. Und ich möchte euch natürlich zeigen, was ich von diesen Wet'n'Wild-Produkten jetzt besitze. Trockener Hals. Ja, und wenn es geht, ich hoffe halt, dass ich es noch irgendwie schaffe, ein Silvester-Tutorial hochzuladen. Ich weiß auch nicht, ob es geht. Aber es wird sonst einfach ein normales Party-Maker werden. Das wird natürlich mehr mit Glitzer sein und so. Aber das könnt ihr sonst auch mal vielleicht für eine Geburtstagsfeier verwenden. Oder, naja, ihr werdet es ja dann gesehen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns am nächsten Mal. Und ich werde euch auf jeden Fall nicht mehr so lange warten lassen. Tschüss. Tschüss.